Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Mein Name ist Dominik und heute sprechen wir über was, was uns alle jeden Tag begleitet. Geld. Auf geht's. Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Mein Name ist... Genau. Nummer 1 Regelung Online Marketing. Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Mein Name ist Dominik und wie ich schon eben angekündigt habe, sprechen wir heute mal über das Thema Geld. Denn das Witzige ist eigentlich, dass wir hier in Deutschland eine Neidgesellschaft haben, wo man halt über Geld ganz, ganz selten spricht und wenn dann hochtrabend, wo du einfach genau weißt, das hat der im Leben nicht verdient. Und deswegen möchte ich einfach mal so ein paar Worte darüber verlieren, was dir niemand über Geld sagt. Und zwar ist Geld ein sehr, sehr wichtiger Antreiber, damit du ein Leben leben kannst, was andere nicht leben können oder auch grundsätzlich leben kannst, wie jeder andere auch. Wir alle müssen unsere Rechnungen bezahlen. Wir alle haben irgendwie diesen Traum von diesem, ich möchte ein Online-Business haben, um finanziell frei zu werden. Auf diesem Weg dahin aber, und das habe ich selber in sehr, sehr heftigen Jahren auch sehr, sehr krass erlebt, die Menschen, die dir was über Geld erzählen können und es mag sein, dass ich jetzt einige Zörner auf mich ziehe, Zörner auf mich ziehe, ich weiß gar nicht, ob es so heißt. Ich komme ja selber aus dem Finanzwesen und die Letzten, wirklich die Letzten, die euch erzählen können, wie man mit Geld umgeht, wie man Geld anlegt, wie man Geld spart, sind Finanzdienstleistungsleute. Weil ich komme selber aus einem Bereich, wo sehr, sehr viel Geld verdient wurde. Ich kenne also viele Vorstandsmenschen, ich kenne viele Teamleiter, die alle wirklich scheiße viel Geld verdienen. Was die Leute dir aber nicht erzählen ist, die bekommen irgendwie im Monat 8.000 Euro netto. Von den 8.000 Euro netto geht 8.000 Euro aufs Girokonto. Was bleibt denn da noch hängen? Ich kenne kaum einen in den Bereichen, in denen ich früher tätig gewesen bin, der nicht im Dispositionskredit gewesen ist. Bedeutet also, die Leute, die ganz, ganz viel Geld erwirtschaften, wo jeder andere in Deutschland, ich weiß gar nicht, was bekommt der Durchschnitt in Deutschland, ich glaube der Durchschnittsdeutsche verdient so, habe ich mal gelesen, irgendwas mit 36, was verdienen die? 36.000 Euro Jahresgewinn, kommt das hin? Also irgendwie so im Schnitt, weiß ich nicht, 2.500 Euro netto. 3.000 Euro netto, ich habe keine Ahnung, was der Durchschnitt so ist, aber schätze ich jetzt mal. Und mit diesem Geld würde man ja erstmal denken, okay, wenn man das jetzt verdient, und man kann so gerade seine Rechnung zahlen, dass wenn man dann 8.000 Euro verdient, dass man dann in Luxus und Saus und Braus leben kann, weil man ja ganz so viel Geld hat. Ist es nicht. Glaubt es mir, dass je mehr Geld ihr habt, desto mehr Geld gebt ihr automatisch aus. Ich kann es aus eigener Erfahrung sagen, ich hatte wirklich viele, viele, viele Jahre, das ist jetzt schon einige Jahre her, 3 Girokonten, wovon mindestens 2 überzogen waren mit bis zu 4.000 Euro, 4.000, 5.000 Euro. Das ist nicht schwer. Das heißt also, in der Sekunde, wo viel reinkommt, geht auch immer wieder ganz viel raus. Also ich bin auch so ein Lebemann, wie man sieht, wo ich also sage, okay, ich weiß ja nicht, ob ich jetzt morgen überhaupt mal aufstehe oder nicht, deswegen nehme ich das Geld, was ich halt habe und investiere das halt in Sachen, die manchmal auch unsinnig sind. Natürlich sollte man das immer dahin investieren, wo es auch wirklich Sinn macht, aber die meisten Leute, die eben über Geld etwas nicht sagen können, sind halt die Leute, die selber das Geld gar nicht zusammenhalten können. Deswegen, am Ende ist die Rechnung relativ einfach. Wenn du einen gewissen Betrag jeden Monat an Ausgaben hast, sagen wir jetzt mal für Miete, Essen, Leben, alles nett, nicht übertrieben, sondern einfach nur nett, rechnen wir mal so mit, weiß nicht, 3.000 Euro. Und du hast einen monatlichen Gewinn oder ein Angestelltenverhältnis, wo du exakt das Geld bekommst. Und jetzt passiert Folgendes, die Leute leben ihr Leben hin. Kommen super zurecht, sind super glücklich, alles toll. Und dann passiert Folgendes. Ist mir nämlich auch mehrmals passiert. Ich bin dann Vorgesetzter geworden. Scheiße, ich bin eine Stufe höher gegangen. Das heißt also, nicht nur von der Kompetenz her, sondern eben auch vom Finanziellen her. Was habe ich gemacht? Ich bekam auf einmal 500 Euro netto mehr. Was habe ich mit den 500 Euro netto gemacht? Normalerweise sollte man ja jetzt so schlau sein und sagen, die 500 Euro netto, die packe ich mir mal schön an die Seite. Dann macht aber keine Sau. So, auch du, der das jetzt gerade sieht, der weiß ganz genau, dass wenn er, je mehr Erträge er macht, dass natürlich die Schlauen da draußen jetzt sagen, ja, das ist doch logisch, dann lege ich das beiseite. Macht ihr sowieso nicht. Ich habe es nicht gemacht. Ich kenne hunderte von Menschen, die es auch nicht gemacht haben. Deswegen, wenn ihr mal etwas mehr übrig habt, geht hin und legt die Sachen beiseite. Ich habe das vor kurzem erzählt. Ich weiß gar nicht mehr, von wem ich das hatte, wo ich dieses 5-Euro-Projekt ja gemacht habe, wo ich irgendwie 5-Euro-Scheinen mit meiner Frau sammle. Das machen wir jetzt seit ein paar Monaten. Haben wir jetzt, glaube ich, vor zwei Tagen einfach mal geguckt, wie viele sind das. Es sind irgendwie 560 Euro, die wir einfach mal eben so gespart haben. Die hätten wir auch einfach so mal eben ausgegeben. Deswegen, seid euch darüber bewusst, dass wenn Geld da ist, dass ihr es automatisch in der Regel ausgebt. Weil die meisten Menschen, die ich kenne, das ist meine Erfahrung, kann ja auch sein, dass es da ganz viele schlaue Köpfe da draußen gibt, die es anders machen. Aber grundsätzlich ist es so, dass wenn Geld da ist, wird Geld auch ausgegeben. Die wenigsten denken an, ich investiere es richtig oder ich spare und so weiter. Deswegen gibt es so viele Leute hier in Deutschland, die alle im Dispo leben. Du da draußen, der jetzt vielleicht gerade guckt, vielleicht guckst du gerade selber auf dein Konto und denkst, oh scheiße, das ist so. Also Geld ist wichtig, damit wir unsere Rechnung bezahlen können. Und für mich ist Geld immer noch auch ein Antreiber. Also wir sagen das ja auch immer, dass Geld nicht der Hauptantreiber ist, aber ich möchte auch mir den besten Luxus leisten können, wie es auch nur irgendwie möglich ist. Da redet aber keiner drüber. Die meisten Leute sagen, ja, dann kannst du halt ein bisschen Geld verdienen, alles ist gut. Ich möchte meiner Familie einfach einen Luxus leisten können, ob das schöne Autos sind oder ein schönes Haus oder wir können so oft wie möglich in den Urlaub fahren. Und da habe ich mega Bock drauf, weil wenn du sagst, mir geht es gar nicht so ums Geld oder so, dann kannst du ja auch bei Maccas an der Theke arbeiten. Ich will jetzt überhaupt keinen McDonalds-Verkäufer verurteilen, aber wenn es dir wirklich darum geht, dass du richtig Geld verdienen möchtest, das ist schon ein Online-Business total super, weil einfacher geht es nicht. Also ich komme noch zu einer Zeit, wo vor 15, 20 Jahren war Internet nicht so witzig. Da hieß es dann irgendwie Samstag, kannst du nicht ins Internet, ist voll. Heutzutage haben wir alle so eine Internet-Teile in der Hosentasche und können die ganze Zeit online gehen, können alles verkaufen, was wir wollen. Ich habe angefangen damals mal mit Ebay-Sachen, da konnte ich mir mal eine Monatsmiete nicht leisten, aber was habe ich gemacht, habe ich bei Ebay Sachen verkauft. Das ging ja vor 15, 20 Jahren überhaupt gar nicht. Von daher nutze doch die Zeit, die wir jetzt haben, um zu sagen, okay, was will ich denn mit meinem Geld eigentlich jetzt machen? Also du hast die Möglichkeiten, jeder, deine Grundvoraussetzung, die du haben musst, ist Unternehmergeist. Du musst das Herz haben zu sagen, ich werde auch in Zeiten durchhalten, wo es nicht so witzig ist. Dann kannst du alles schaffen. Deswegen, wenn du mit jemandem über Geld sprechen möchtest, ich bin so jemand, ich spreche schon gar nicht mehr mit Leuten über Geld, weil das ist für mich mein eigenes Ding. Du musst einfach nur wissen, was habe ich für Ausgaben, was habe ich für Einnahmen. Und in der Sekunde, wo die Ausgaben höher sind als deine Einnahmen, bist du am Arsch, weil du am Ende immer mehr Kohle brauchst, um das zu refinanzieren. Wie gesagt, ich war jahrelang, ich glaube, ich war sieben oder acht Jahre lang, war ich im Dispo, weil ich halt jeden Monat runtergerutscht bin, anstatt einfach mal einen Cut zu machen. Deswegen sei dir einfach bewusst, Geld ist ganz wichtig, ist aber auch ganz schön gefährlich, wenn du es nicht richtig nutzt. Und da wollte ich einfach nochmal so ein paar Worte ganz kurz drüber verloren haben, weil mir das gerade mal ein kurzfristiges Anliegen war. Falls euch das Thema gefallen hat, wenn ihr noch mehr Insights haben wollt, schreibt es hier gerne in die Kommentare, wenn das Video euch gefallen hat. Gerne einen Daumen hoch, wenn es nicht gefallen hat, Daumen runter. Ansonsten abonniert den Mehrgeschäftskanal. Und in dem Sinne, habt noch einen schönen Tag. Liebe Grüße, euer Dominik. Bis zum nächsten Video.